Die Quality Group war drei Tage zu Gast auf der DMS Expo 2014 in Stuttgart. Egal, ob Regen oder Sonnenschein, egal was da kommt, mit Enterprise Information Management sind messbare und planbare Prozesse möglich. So sind wir angetrieben und so haben wir uns hier unter dem Stand präsentiert. Und so haben wir die Besucher begeistert. Der Veranstalter sagt, ca. 6.000 Besucher waren auf der Messe in den letzten drei Tagen. Wir haben nicht mit allen gesprochen, sondern mit denen gesprochen worden. Und das war eine ganze Menge. Die haben sich über Prozesse informiert, die haben über nachhaltige Anwendungen, zu nachhaltigen Anwendungen angefragt und nicht mehr nur zu Dokumentenmanagementsystemen. Das zeigt, der Weg, den die Quality Group gewählt hat, ist richtig. Den werden wir verfolgen. Und in diesem Sinne werden wir auch nächstes Jahr mit einem sehr nachhaltigen Anspruch auf der Messe zu Gast sein und unsere Neuerungen und unsere Beratungsqualität unter Beweis stellen. Wir freuen uns auf die Begegnung mit den Anwendern und können versichern, dass wir sie weiterhin in diesem Sinne beraten werden. Wir sehen uns auf jeden Fall, und das hoffe ich ganz stark, zum nächsten Fachkongress für Enterprise Information Management, dem Dialog 2015 am 29. und 30. April in Berlin, auf dem dann auch der zweite Dialog Award verliehen wird, mit dem Ansatz für exzellente Prozesse. Und die Finalisten des diesjährigen Jahrgangs waren hier auf der Messe in einer Politdiskussion zu Gange. Auch dieses Video können Sie auf unserer Homepage sehen, neben vielen anderen Beiträgen und Fachinformationen, die wir der Messe beisteuern konnten. Schauen Sie bei uns vorbei, www.tg.de. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Jahr. Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr.